Futuro stabilisierende Kniebandage Stabilisiert verletzte oder instabile Knie bei Aktivitäten Ideal für Unterstützung bei den am häufigsten auftretenden Verletzungen wie Verstauchungen und Zerrungen Zweifache Stabilisierung für mediale und laterale Unterstützung Verstellbare Riemen für passgenauen Sitz Reflektierende Hakenschlaufen für bessere Sichtbarkeit Strapazierfähiges Neoprenmaterial für starken Halt, schmerzlindernde Wärme und Komfort Passend für linkes oder rechtes Knie Die Größe wird durch Messen des Knieumfangs bestimmt Legen Sie die Schiene so über das Knie, dass die glatte Seite zur Haut zeigt und das einzelne Band außen am Bein ist Positionieren Sie das runde Loch auf der Kniescheibe Führen Sie das mittlere Band unter dem Knie durch und befestigen Sie es mit dem Klettband auf der Schiene Setzen Sie das Knie in die Aussparung in der Schiene Führen Sie die zwei übrigen äußeren Bänder unter dem Knie durch und befestigen Sie sie mit dem Klettband auf der Schiene Stellen Sie alle Bänder so ein, dass sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben Futuro stabilisierende Kniebandage Unterstützt von unserem Expertengremium aus Ingenieuren und Medizinern Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf Achtung! Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren- oder Neopren-Gummimischungen Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf Achtung! Drei